Willkommen zu Syrah, Play & Slay! No Cheats, No Hats, Only Pro Games! Kann Spuren von Kraftausdrücken gefallen? Guten Abend meine Damen und Herren! Heute spielen wir Slenderman! Und ich habe diese Spiele noch nie zuvor gespielt. Ja, wir haben mittlerweile 2014, es ist schon März. Eigentlich bin ich viel zu spät dran. Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich noch eine Slenderman Jungfrau bin. Doch, heute tue ich es mir an. Zum allerersten Mal, ich habe es gerade frisch installiert. Und ich weiß es nicht. Doch ich weiß es jetzt schon, ich werde es bereuen, ich werde es bereuen. Okay, ich bin alleine hier in meinem Zimmer und es ist ein Arschdruck. Und ich. Und ich. Und ich. Ich kann mich nicht sehen oder dass ich ihn nicht im Sichtkontakt habe. Kann man... Oh, shit, ich habe echt irgendein paar. Ja. Berühmt und berüchtig. Slenderman. Okay. Oh, eine Taschenlampe. Wahnsinn. Ja genau. Collect all eight pages. Scheiße. Oh, fuck. Oh, das geht gar nicht. Ich hasse nicht. Ich weiss gar nicht worin. Oh, shit, das ist ein komischer wo ist das groß ich weiß nicht Okay, ich höre nichts, nur mein Schad. Ja, springt. Lieber springt und das Licht unten halten. Oh mein Gott, was ist das denn? Okay. Ne Kralle. Irgendwelche Tanks. Oh mein Gott. Oh fuck. Leute, 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 wer macht solche Spiele? Das ist ziemlich simpel, aber... Das erfüllt seinen Zweck. Oh mein Gott. Ah, jetzt komm, wo sind diese Scheißseiten? Da. Scheißseiten. Always watches. No ice. Ah, okay, mit den Monsters. Oh fuck. Oh fuck, das ist Spock. Oh shit. Oh shit. Los, 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 los. Lieber nicht, Alter. Oh, okay. Das ist eine gute Idee. Oh fuck, 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 fuck. Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Oh shit. Okay Die zweite Seite, schnell raus Oh mein Gott Oh mein Gott Oh fuck Wer ist hier? In den Wald da sind wir sicher los 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 wir können nicht doch wir können springen wir können springen oh, nack dieses bochen das können wir gar nicht oh, oh oh, schnell weggekommen leck mich am Arsch was ist das für ein Spiel? was ist das für ein Baum? der Stich zu heraus hängt doch bestimmt was dran ja meine Gamer oh, ich hab oh, oh oh schnell weg schnell weg oh, das gefällt mir gar nicht oh, shit shit, 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 shit boah boah, Gänsehaut pur Gänsehaut pur, liebe Leute was ist das? Zauern, okay hier geht's nicht weiter oh, Gott da kannst du wissen wir sind in der Kirche schnell raus ist das unser Atem? ich hoffe, das war unser Atem OMG ist das unser Atem? das klingt weiblich ich bin froh ich bin froh zum ersten Mal verpackt und bin echt eigentlich ein harter Typ aber selbst das packt mich es ist so simpel das gegen mich das macht mich Angst ich weiß nicht ob das ist eigentlich keine Angst aber du weißt halt nicht was kommt du machst überhaupt keinen Plan hier kann doch jederzeit irgendwie dieser Slender während wir entgegenspringen boah, ist das gruselig ich fühl mich ich fühl mich ich fühl mich gerade ich fühl mich gerade wieder gut scheiße scheiße oh man oh shit fuck ich hab keinen Bock wie viele drei Seiten hab ich, oder? drei ich weiß nicht oh fuck Licht kann man auch was machen ist ja unnötig oh shit ich glaub die Batterie kann nicht ausgehen aber noch lebe ich oh diese böse Soundeffekt im Hintergrund das ist großelig ich großelig boah, ich mag gar nicht mehr rinden keine 180 Grad drin da kommt mal wieder was ich sehe nicht mehr gibt es hier irgendwo in der Mäbe oder? nein nee nee so scheiße Bäume, 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 überall Bäume, dunkel, Gras, knirschendes Laub, verrostete alte So schaut ein Wald aus einem Psychos aus Ich glaub mal einfach nicht, ich weiß nicht ob das auch eine gute Idee ist Boah ich hab den Orientierungsentfall Warte, da vorne Ein blaues Auto Ein blaues Auto, ich denk hier gibt's einen Eine neue Seite Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Leckt mich am Arsch Da war die Seite Oh da war auch Slender Boah, mir läuft grad echt kalt den Rücken runter, ohne Scheiß Boah, was macht der Pisser, ich will die Seite haben Ich will das Spiel fertig haben Okay, wir laufen einen großen Bogen rum Okay, wir laufen einen großen Bogen rum Vielleicht bringt's ja mal so was das Licht aus Oh Gott, find ich die Farben überhaupt wieder Boah, Scheiße Oh Mann Scheiße Ich war irgendwie kurz bevor, als würde es noch dunkler werden Ich war irgendwie kurz bevor, als würde es noch dunkler werden Oh Gott, ich seh gar nichts Ich bin noch bei mir, mein Zugang Das ist ja mal was Neues, ne? Oh Mann Warum mach ich das? Warum? Oh, da ist was Boah, es ist so dunkel, es ist so dunkel Aber hier waren wir schon mal Vielleicht hab ich was so gesehen Oh Mann Ne, häng mich an uns Okay Ich hab ein dummes Gefühl Ich hab ein dummes Gefühl Oh shit Oh mein Gott Boah 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 Ne Das wird das erste und das letzte Let's Play Das schwöre ich dir Ich war jetzt echt nur antesten Das hab ich jetzt Boah, komm Boah Ich hör irgendwelche Geräusche Oh, es ist so komisch, es ist ganz kalt Und gleichzeitig total heiß Schwitziges Gefühl Ja, die Hände sind auch schon ganz feucht Aber die große ist dran Aber die große ist dran Noch Noch Ach, ich mach mich nicht Boah leile So Also hier ist Was? Boah Boah Oh mein Gott, das klingt böse scheiße Lo Boah No, 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 no Oh mein Gott, oh mein Gott Ich werde heute nicht pennen können Oh fuck Was denn da Auf der Lauter Oh shit Woah Fuck, fuck, fuck Okay, da ist er Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Es gibt doch nur eins Ländermeld, oder? Oh, das wird noch fehlen Oh, das wird noch fehlen Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh 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 fuck, ich blick's gar nicht Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Fuck, 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 fuck Oaaaaah Fuck, fuck LCs Leck mich Fuck nein 3 von 8 Pages Scheiße Oh mein Gott Das Spiel ist gestört Click to continue Ja bestimmt genau Leck mich am Arsch Nee Also da müsste man mich schon ordentlich zwingen Das ist jetzt noch mal so Nee Das brauch ich nicht Boah Leute Krass Das ist jetzt noch mal so Schnell Das ist jetzt noch mal so Vielen Dank.